Es wird Licht! Unser heutiges Thema ist, wer braucht die katholische Kirche? Vom Selbstverständnis der Kirche sogar sehr. Weil die Kirche an sich nicht für sich selber da ist, sondern für die Welt. Ich glaube nur, dass die Kirche, so wie sie jetzt oft in Erscheinung tritt, diese Dienstleistung nicht erfüllen kann. Nun, ich bin nicht Prophet, dafür vielleicht eine falsche Organisation. Ich kann trotzdem für unsere Mitglieder sprechen, denn von unseren Mitgliedern braucht sicherlich niemand die katholische Kirche. Und auch ein Großer der Österreicher benötigt sich nicht wirklich, wie auch die Austrittszahlen gezeigt haben.